peterschens mondfahrt kapitel 4 die sternenwiese auf der sternenwiese wohnt das sandmännchen das eine sehr wichtige persönlichkeit im himmelsraum ist und viele ämter hat es muss den sternen unterricht im singen geben und es muss aufpassen dass sie am tage wenn sie noch nicht am himmel stehen ihre strahlen ordentlich putzen lauter kleine silberhaarige mädchen sind die sterne jedes kind auf der erde hat sein sternchen und wenn das kind nicht artig war wenn es kuchen stibitzt hat oder wenn es gar gelogen hat so entstehen auf der schönen strahlenkrone seines sternenmädchens hässliche flecken sie verbilligt sich oder sie bekommt schaden dann muss das kleine sternchen putzen mit seinem goldenen putzläppchen und sich mühen in der sternenschule auf der wiese damit das krönchen wieder blank und hell wird zur nacht das ist oft furchtbar schwer und die kleinen sternchen seufzen dabei vor mühe manchmal weinen sie sogar denn das sandmännchen ist sehr streng und lässt es ihnen nicht durchgehen wenn auch nur das kleinste fleckchen noch da ist meistens aber sind sie fröhlich und oft gar schrecklich ausgelassen besonders im winter wenn weihnachten nicht mehr weit ist dann hat das sandmännchen mühe ordnung zu halten so viel lachen sie manchmal lachen sie über die mondschäfchen die am tage in dem stall auf dem kleinen hügel wohnen und purzelbäumchen schießen manchmal über die himmelsziegen die so komisch meckern manchmal lachen sie auch über gar nichts und so laut dass man es beinahe auf der erde hören könnte das darf natürlich nicht sein dann haut das sandmännchen auf die pauke sie bekommen einen schreck und sind stille wie die fischchen im see aber nicht sehr lange so geht es auf der sternenwiese zu wenn auf der erde tag ist wenn aber der abend kommt wenn die sonne auf der erde untergeht dann stellt sich der sandmann feierlich vor sein pult alle sternchen setzen ihre kronen aufs haar und sehen andächtig zu ihm auf er wendet im goldenen mondbuch auf dem pult feierlich eine seite um und schreibt hinein was die kinder auf erden am letzten tag gutes getan haben er weiß alles denn die sternchen merken es an ihren strahlen kronen ist dies geschehen so setzt er sein großes silbernes sand siegel unter die schrift zwinkert ernsthaft mit seinen kugelrunden freundlichen äugelchen und zieht an der glockenschnur in demselben augenblick läutet es leise über den ganzen himmel hin von ungezählten glöckchen zu dieser musik aber huschen alle sternen mädchen von der wiese fort und an den himmel dort stehen sie dann für die nacht als winzige lichtpünktchen jedes an seinem platz sandmännchen aber läuft zu seinem fernrohr und guckt ob sie auch alle richtig stehen denn manchmal verirrt sich eins ein wenig an dem großen dunklen himmel besonders den kleinen passiert das leicht manchmal rücken sie auch heimlich ein bisschen zusammen weil sie sich noch was zu erzählen haben sie tuscheln und kichern nämlich ebenso gern miteinander wie die kleinen mädchen auf der erde das ist natürlich nicht erlaubt und sandmännchen hält streng darauf dass so etwas nicht einreist am himmel ja das sandmännchen hat wirklich sehr viel zu tun besonders am abend wenn die sternchen am himmel stehen muss es die monschäfchen aus dem stall lassen damit sie in der nacht auf die himmelsweide kommen das ist auch ein tüchtiges stück arbeit vergnügt sind die nämlich und fürchterlich ausgelassen sie purzeln mit ihren silbernen fältchen wie kleine kullerwäldchen durcheinander und bis sie schließlich ruhig auf der weide oben am himmel das schöne sternschnuppengemüse grasen vergeht eine ganze zeit auch dann noch muss das sandmännchen aufpassen dass sie nicht etwa heimlich den kometenkohl oder die himmelsschoten anknabbern die dort zwar wachsen aber den schäfchen verboten sind weil die nachtfee sie braucht wenn sie ihre großen mitternachts essen gibt zu denen die mächtigen naturkräfte eingeladen werden sind die monschäfchen ordentlich auf die weide gebracht so ist noch eine ganz besonders wichtige angelegenheit zu erledigen es steht auf der sternenwiese neben der großen pauke ein kugelrundes säckchen und aus diesem säckchen schüttet der sandmann einen feinen silbersand in ein langes pusterohr dann geht er gravitätig nach den vier himmelsrichtungen an den rand der wiese beugt sich weit über das gitter und bläst den leuchtenden staub viermal in den himmelsraum hinaus der staub aber verteilt sich ganz ganz fein und rieselt durch die luft herab auf die erde mit dem licht des mondes zusammen überall dort wo kinderaugen aus dem bettchen in die luft gucken fliegt dieser silberne sand aus sandmännchens pusterohr herum und legt sich leise auf die augenlider die werden müde und schwer davon man muss sie zu machen und schläft ein so schickt das sandmännchen den kindern den schlaf und auch die schönen träume mit all diesen arbeiten war das männchen gerade fertig geworden als peterchen und anneliese mit dem maikäfer durch die nacht herangeflogen kamen sie sahen deutlich wie es steifbeinig auf der wiese umher lief in seinem schlafrock der mit sternen bestickt war auf dem kopf hatte es eine lange zipfelmütze und an den füßen komische riesengroße pantoffeln von einer seite der wiese nach der anderen lief das männchen und passte auf dass am himmel nichts in unordnung kam und richtig plötzlich hat es die drei abenteurer entdeckt es stutzte zwinkerte mit den augen guckte schnaubte sich und zwinkerte wieder dann aber lief es emsig zu seinem fernrohr richtete das auf die kinder guckte durch wichte sich die äugelchen putzte das glas am fernrohr guckte noch einmal und nun hat er es erkannt was da ankam es blies die backen auf und schlug sich vor erstaunen auf den kleinen spitzbauch seine augen wurden so groß wie kuchenteller und sein mund stand so weit auf wie eine ladentür was da vor sich ging war aber auch etwas ganz unerhörtes am himmel viele tausend jahre war der sandmann alt aber so etwas war noch nicht passiert auf der sternwiese seit er hier ordnung hielt zwei kinder im nachthemdchen und ein geigender maikäfer kamen durch den großen himmelsraum herangeflogen als wäre das so ein sonntagnachmittagsvergnügen dies ging nicht mit rechten dingen zu hier musste er sehr energisch sein er stürzte also eiligst zu seiner großen pauke schlug darauf und schnitt ein furchtbar böses gesicht in dem augenblick landeten die kinder mit dem maikäfer behutsam auf der sternenwiese hier ist der mond rausgeschmissen wird wer hier nicht wohnt schrie der sandmann sie an und fuchtelte mit dem paukenstock in der luft herum na das war gerade kein liebenswürdiger empfang auf der ersten station ihrer reise der maikäfer aber dachte mit höflichkeit kommt man am weitesten und so machte er eine sehr schöne verbeugung mit kratzfüßchen hinten raus und sagte entschuldigen sie bitte herr sandmann was was entschuldigen kriegte das männchen ganz rot vor aufregung was will er hier ein maikäfer gehört auf die dicke kastanie im garten aber nicht auf die sternenwiese am mond ich werde mal gleich ein paar stemmenraketen gegen ihn abschießen dass ihm der bauch platzt er nasegrün stemmenraketen der maikäfer bekam natürlich angst und dachte daran sich tot zu stellen peterchen hatte zwar keine angst denn er hatte ja sein holzschwert bei sich aber er war etwas verlegen und wusste nicht recht was man wohl tun sollte wenn das männchen wirklich mit stemmenraketen zu schießen anfinge anneliese aber ja das hätte man wirklich nicht von der kleinen anneliese gedacht sie trat plötzlich ganz mutig vor nahm aus ihrem körbchen ein rotbäckiges äpfelchen und hielt es dem grimmigen sandmann dicht unter die spitze nase na nun sagte der höchst erstaunt was ist denn das für ein tapferes kleines frauenzimmerchen dabei schnüffelte er schon neugierig an dem schönen apfel herum so etwas gab es nämlich nicht am himmel oben auf der weihnachtswiese die auf dem mond lag wuchsen allerdings die vergoldeten äpfelchen und nüßchen aber davon konnte das männchen keine bekommen die waren für die kinder auf der erde nun lief ihm doch das wasser im munde zusammen gib mal her sagte es anneliese machte einen knicks und sagte bitteschön haps bis das männchen hinein ordentlich komisch war wie es plötzlich vergnügt wurde es schmunzelte von einem ohr bis zum anderen beim kauen und rieb sich das bäuchlein so gut schmeckte es ihm als der apfel aufgegessen war faltete der sandmann die hände auf dem rücken und sah die kinder an er wollte böse aussehen aber der apfel hatte so gut geschmeckt dass es ihm nicht mehr richtig gelang ein grimmiges gesicht zu schneiden ihr hemdenmetze was wollt ihr denn hier ihr sollt doch schlafen schmunzelte er jetzt trat peterchen mit einer verbeugung vor und erklärte den grund der reise ja von der geschichte hatte der sandmann schon gehört sie war einmal auf einem kaffeeklatsch bei der nachtfee erzählt worden vor etwa 1000 jahren und damals waren alle gäste sehr gerührt gewesen von dem schicksal der sumse männer meinte das männchen jetzt und rollte mit den augen so stark dachte es nach aber da kam ihm schon wieder der geruch von den äpfeln in die nase die peterchen in seinem korb hatte gibt mir noch einen apfel sagt er es plötzlich mitten im denken und hielt die hand hin das tat peterchen natürlich gern als der sandmann nun auch den zweiten apfel verspeist hatte war all sein grimm verflogen und er nickte wohlwollend mit dem kopfe ja ja die geschichte der sumse männer die war überall am himmel bekannt aber sollte der maikäfer nun wirklich zwei artige kinder gefunden haben um das beinchen zurück zu erobern das wäre doch ein ganz gewaltiges glück für die sumse männer es musste also festgestellt werden ob die kinder artig waren sonst ging die geschichte nicht mit großen feierlichen schritten begab sich das sandmännchen zu seinem sprachrohr und rief nach dem himmel hinauf die sternchen von anneliese und peterchen sollen mal schnell herunterkommen und was geschah zwei winzige sternen pünktchen lösten sich hoch oben vom himmelsgrund und fielen leuchtend herab auf die wiese im gleichen augenblick standen dort zwei wunderschöne kleine mädchen mit blonden locken und lachenden augen silberne hemdchen hatten sie an und silberne schuhe funkel helle strahlen kronen aber blinkten auf ihren köpfen peterchen mein peterchen rief das eine sternchen meine kleine analyse rief das andere und dann gab es eine fröhliche begrüßung die kinder liefen zu ihren sternchen und sie umarmten und küssten sich dem dicken maikäfer kamen ordentlich die tränen in die glotzaugen vom zusehen so hübsch war es rührung durfte aber nicht einreißen denn die geschichte war ernst also tat das sandmännchen wieder sehr grimmig verbat sich die küsserei und fragte die sternchen ob die beiden kinder peterchen und analyse kein fleckchen auf die kronen ihrer sternchen gemacht hätten da lächelten beide sternchen und schüttelten ihre silbernen locken blitzblank waren die kronen jetzt schmunzelte das gute sandmännchen denn es freute sich sehr darüber und die kinder durften den sternchen noch einen kuss geben ach war das schön so ein sternchen kuss schmeckt so lieb dass man es wirklich gar nicht beschreiben kann man muss es erleben und man erlebt es wenn man gut ist husch waren die sternchen wieder fort und standen als lichtpünktchen am himmel die kinder guckten ihnen ganz traurig nach aber plötzlich mussten sie laut lachen der maikäfer tanzte nämlich wie ein verdrehter auf der sternwiese herum und warf dabei mit den beinchen mindestens ein dutzend sternstühlchen um die dort standen er freute sich dass die kinder artig waren denn in seiner familiengeschichte stand artige kinder müssten es sein sonst sei alle mühe umsonst nun war er sicher dass er sein beinchen wieder bekam schrecklich freute er sich der sandmann verstand zwar dass das sumsemännchen sich freute aber dass es die sternstühlchen umwarf war gegen die ordnung und er verbat sich dieses maikäferhafte benehmen sehr energisch ein freudentanz sollte das sein ein ganz dummes rumgebrumsel sei es auf der sternwiese mache man sowas nicht überhaupt wenn man so dick wäre und so unsicher auf den beinen da hatte der sumsemann seine strafpredigt weg das sandmännchen ist sehr ungebildet dachte er denn die maikäfer tänze sind die schönsten tänze der welt das weiß jeder und er der sumsemann sei unsicher auf den beinen so was lächerliches alle wüssten wie elegant er auf den kastanienblättern im garten tanzen konnte und nun sollte man ihn ernst mal sehen wenn er das sechste beinchen wieder hätte beinahe hätte er laut gelacht aber er verkniff sich das lachen denn er war vorsichtig und wollte sich nicht unbeliebt machen entschuldigen sie herr sandmann sagte er machte einen kratz fuß und sah bescheiden aus nur ganz heimlich war für den kindern ein paar kuss händchen zu sandmännchen hatte den finger an seine nase gelegt und dachte tief nach es war nämlich eine recht gefährliche geschichte die von den beiden kindern unternommen werden sollte und weil er sich schon sehr lieb hatte wollte er ihnen nun auch mit allen kräften beistehen auf der weiteren fahrt plötzlich kam ihm ein gedanke gerade heute um zwölf uhr mitternachts gab die nachtfee einen kaffeeklatsch für die naturgeister in ihrem schloss er war auch eingeladen die nachtfee war sehr mächtig viel mächtiger als er sie war es auch gewesen die vor vielen hundert jahren den bösen holzdieb auf den mondberg verband und den sumsemännern erlaubt hatte mit artigen kindern das beinchen von dort wieder herunter zu holen wenn er die kinder also mitnehme auf das schloss der nachtfee zu dem kaffeeklatsch sie war eine gütige fee und würde ihnen sicher ihren schutz leihen peterchen und anneliese konnten bei dieser gelegenheit sogar die naturgeister kennenlernen die ihnen vielleicht später beistehen würden ja das war ein prächtiger gedanke das männchen machte einen sprung in die luft vor vergnügen über diesen einfall dass sein spitzes bäuchlein nur so wackelte dazu schrie es ich hab's ich hab's ich habe einen himmelsraketen mäßig prächtigen gedanken kinderchen und erklärt ihnen alles was er vorhatte das war allerdings ein wunderbar schöner plan peterchen freute sich gewaltig auf die naturgeister und anneliese auf die schöne nachtfee der sumsemann hatte zwar wieder angst denn die bekanntschaft mit den naturgeistern schien ihm gefährlich doch er unterdrückte es tat mutig und fand den einfall des sandmännchens sehr schön der sandmann aber zog jetzt eine riesige taschenuhr aus dem schlafrock tippte mit dem finger auf das zifferblatt und sagte gleich muss er da sein er meinte nämlich seinen monschlitten mit dem er zum schloss der nachtfee fahren wollte und richtig da kam auch schon etwas durch die luft ein schneeweißer schlitten war es der von acht nachtfaltern an silbernen bändern gezogen wurde lautlos wie ein wölkchen glitte heran und hielt vor den kindern die nachtfalter hatten große leuchtend grüne augen und schlugen geheimnisvoll mit ihren schönen schimmernden flügeln dazu bewegten sie ihre goldenen fühlhörner an denen gläserne glöckchen klangen staunend sahen die kinder dies aber es gab keine zeit mehr mit verwundern zu verlieren der weg den sie zu fahren hatten war weit so nahmen sie alle schnell im schlitten platz man saß wie auf seidenen wolken darin sandmännchen ergriff die zügel die nachtfalter hoben die schwingen leise klangen die glasglöckchen und fort ging die fahrt über die sternwiese hin auf die milchstraße zu an deren fernem ende das schloss der nachtfee lag ende kapitel 4 2 1 2 1 1 1 2 1 2